ich hab mal die aufnahme hier das sind wir wieder mit einem krassen lecker anfang und der muss trainiert haben ja auch eine karre nein wirklich ich hab nichts sagen können soll ich fahren vielleicht wir werden die mission niemals schaffen ich habe mir selbst nein weiterfahren straße das nicht aussteigen das sieht man am metatarsus ich habe hier ein baddestalker unterwegs wichtig im gruß von mir aus und ich finde es nicht wo gibt es die briefkästen oder was ist unten drunter wir haben wieder zeit zu bekommen Für jeden Abend, den wir sammeln Jetzt renn, du Kackmongo Ne man, ich fahr Auto Äh, ich hab ein Problem Wurmloft Thresher Die geben mir grad heftig Nein, Frosch unterwegs Muss grad da hochlaufen Das kopf ich mir jetzt schon an Oh, aus heiterem Himmel So sieht das aus, wenn man von Granaten wieder geheilt wird Schnell, 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 schnell Renn, du Schlampe Keine Ahnung Das ist ein Hotloader gespawnt Renn durch Ja, ich wünsche noch weiter rein Ich follow dir gerade Ja, du läufst auch um den, äh, um den Berg rum, ja Alter, 12 Sekunden 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Scheiße, die Ware ist links verdorben Wir können den neu annehmen hier Oder warte, ne, fährst du schnell zurück, dann bleib ich hier Äh, fahr doch zurück Stimmt, bleib du oben stehen Ja, ich hab wieder Granaten Ja, ich mach ein paar Trasher, ne Ach das, ich cruise schnell zurück Und willkommen zurück bei Let's Race Mit, äh, Julian Halt euch fest, schnallt euch an, ähm Nehmt Berührungstabletten oder sonstige Drogen Ja, dann übersteht ihr die Fahrt auch ohne bleibende Schäden Hoffentlich Ich find's gut, dass du, dass du, dass du sagst, dass du, äh, das extra Rumpf nicht dazu hast Was? Kapitel 1 Heute habe ich einem Stalker derart eine gesammelt, dass ich sein Innerstes nach außen kehrte Kapitel 2 Es ist bekannt, dass Stalker Echo Recorder lecker finden Vermutlich findest du den Rest von Taggerts Kapiteln in den Dunghaufen der Stalker Du musst Stalker scheißen, dass du, auf geht's Ich habe gerade hochbeschadte Ware bei Warnels, Arm Ageddon bestellt Schließlich ist die Konkurrenz mörderisch Du musst die Sendung so schnell wie möglich abholen Boah, die Stalker sind auch direkt voll gesporen Oh, das ist ungeil Oh, das ist doch ein schöner Arm Leg los, Nico Ich habe gerade hier noch 1, 2, 1 Ich hole wieder den unteren Briefkasten Komm dann zu drüber Der Arm muss einer Schneiderin gehört haben, oder so Das sieht man am Metatarsus Alter, wie soll ich da wieder hochkommen? Brennen Ja, ich muss gucken, wie ich da hochkomme So, Kisten Ach ja, ach ja Piss dich, Stalker Oh, ich lege die Ritium rum Langan Mo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Alte, aber das ist ja immer Megaschne Ja du Weniger heulen, mehr laufen Du hast fast alle beisammen! Beeilung! So, Produktenberg. Ja, ich übernehme es gleich hart. Ja, ich hab den einen schon gleich. Einen? Ist ja ganz groß dabei. Ja, ich hab schon einen geholt. Kannst du mal Lucky Lucky machen? Wo ist der andere? Ist einer übrig noch? Äh, die zwei sind noch übrig. Hab den anderen! Die Karre ist aber Schrott. Hab meinen Arm schon geholt. Die Karre ist Schrott. Ich battle mich und will nicht gegen den Stalker, weil ich kann hier nichts mehr machen. Das war Slott. Leg die Dinger in mein Schließfach. Dann werden wir sehen, ob dieser arme Get-On-Kram tatsächlich so gut ist. Okay, weiter geht's, ne? Ja, hab grad eben ein paar Freunde. Äh, fuck! Hm? Schau mal, was da auch bestät. Oh, 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 böse. Rennen! Ich muss die Karre erst ausparken, das wird ne Weile dauern. Alter! In einem Bereich dessen, wie ich sie eingeparkt hab. In einem Bereich dessen, wie ich sie eingeparkt hab. Was sagst du? Äh, wir fail mal wieder. Hab die Karre ausgeparkt. Ich geb Speed. Ja komm, mach du das auch. Kannst dir den zweiten Neukarre spawnen. Aber du musst den unteren Slot nehmen, sonst setzt du mich zurück. Ich port mich einfach in die Karre rein bei dir. Ist ne Idee, ne? Wir müssen nach, ähm, das Gag-Scheiße untersuchen. Komm, mach. Du hast nicht mehr so viel Zeit. Eine Minute dreißig reicht nicht. Wie viel schlimmer ist, wenn wir so einen Scheiß-Briefkasten finden. Ah, da war nur Monizon drinne. Ach da, okay. Das nenn ich unverdorbene Gliedmaßen. Gut gemacht. Kranker Spinner. Es gibt so'n Spruch von wegen Arm ausreißen, damit man lachen muss. Komm jetzt nicht drauf, aber ich werd bestimmt lachen bei dem Geld, das ich damit verdiene. Gut, nächste. Warte. War doch hier. Wo sind wir denn gerade? Äh, in welcher Ebene? Highlands. Sollte vor einiger Zeit die Stalker-Population ausrotten. Zudem machte er sich daran, ein Buch über seine Abenteuer in den Highlands zu verfassen. Finde die Kapitel seines Buches, damit ich drauf abschreiben kann, was das Zeug hält. Win-win-win-Situation nennt man das. Obwohl, niemand nennt es so. Außer mir. Tja, Moment. bluffing 들고 gegen Leben. Aufwärts genommen. Da bin ich eigentlich in diesem Internet... Joah, nöö. Pl concentrating- Ja, viel. Durch zu verhaufen nach Ka- uh... nach Kapiteln, zwei von fünf. Ah, ich hab die bei mir. ss... ich traf den Crasher an. Ich hab die Haufen, bei mir hab ich das schon kaputt gemacht, deswegen haben wir schon zwei Kapitel, muss bei dir gucken. Ried ja. Geschieht dir recht. Kapitel 3. Meine Jungs haben herausgefunden, dass sich die Stalker nicht besonders gut tarnen, wenn ihre Schilder unten sind. Sie werden völlig panisch und brüllen rum. Niedlich. Vor ein paar Tagen hab ich einen riesigen Stalker gesehen, der unser Lager beobachtet hat. Ich habe sie Henry getauft, nach meiner... Oh, Moment. Hey, Mama! Nein, nein, ich erzähle gerade, dass ich einen Stalker nach dir getauft habe. Trasher haben Feuer, äh, Angst vor Feuer. Woher weißt du? Macht ein Heiden-Damage. Nein, ich hab mich davon aus Fleisch. Mensch, könnt da ranliegen. Haaah! Boah. So, suchst du die Scheiße? Ich kämpfe nicht gerade durch. Ich hab so viel Däble gerade neben Pfeifern gehört. Zum Brudeln, oder was? Ich muss gerade ein bisschen quickskrappen. Hab eins. Noch eins verbunden. Und Iridium. Dann hebt mal das Kapitel auf. Ja, mach ich gerade. Kapitel 4. Alles in Butter. Henry und ihre Stalker-Freunde haben zwar mein Team ausgelöscht und das ganz besondere Muttertagsgeschenk gestohlen, das ich eigenhändig gebastelt hatte. Aber scheiß drauf! Ich geh da raus und hol mir mein verdammtes Muttertagsgeschenk zurück. Jack ist mein Zeuge. Das wird der beste Muttertag aller Zeiten. Hörst du, Henry? Ja, hörst du? Muttertag! Alter. Irgendwann, die ich lief. Ach, du, Kapitel jetzt gehunden mag? Oh. So, mein Auge hat sie sie gefressen und ich schwöre mein Jack. Die starre Geslampe hat mich dabei ausgelacht. Mama, weiß nicht, was ich machen soll. Nein. So, Julian, jetzt muss ich heißen, wa? Henry! Eben! Mami! 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 Klang nach Spaß. Klang nach sehr viel Spaß. Mit Scheiße. Highlands. Gut. Und dann müssen wir noch die Holy Spirits. Sing, Jerry? Nein, Holy Spirits erst. Ja, mach mal kurz. Ja, dann fort mal einfach. Aber erst abschließen noch. Erst abschließen. Ich bin so deutlich geiler, wie ich aussteig, ne? Ja, ich weiß. Ein Hinweis an alle Hyperion Aufsichtspots. Vor Reinigung des Getriebes sind Reiner aufschalten. Womöglich gibt es hier eine Moran von der Geschichte. Wer sich aber mit der Natur anlegt wird. Ge... Fressen. Also Julian, Pause. Wieso? Verzeihung. Achso. Hab mal gesagt, ne? Ich hab nicht zugehört. Ja, Standard. Gut, Leute, dann bis... Ja.